Der neue Fall ist freigeschalten und wir fangen doch gleich an. Los geht's. Der 21. übrigens. Die geheimen Experimente. Gut, öffnen wir doch mal. Oh, Julia, so ruhig wie es zuletzt geworden ist, wäre ich nicht überrascht, wenn du alle Mörder im Bankenviertel bereits in der Gitter gebracht hättest. Oh, oh, da werden wir leider jetzt auf was anderes hingewiesen, bestimmt. Und zwar die Rachel, ähm, Price will mit uns, also, nein, der Kameramann, der Karl Ackermann, der will mit uns sprechen. Gut, wir haben ja noch nie mit ihm gesprochen, können wir ja mal machen. Und er sagt, oh, wir müssen ihm helfen, weil Rachel ist verschwunden. Wie, verschwunden? Ja, sie wollte einer Story nachjagen und, oje, mittlerweile beginnt er das Schlimmste zu fürchten. Okay, wir sollten mal ihr Büro untersuchen. Vielleicht finden wir irgendwas, was darauf hinweist, wo sie sein könnte. Oh, oh. Also, dass mit der Rachel noch was passiert ist, natürlich, ziemlich, also hoffen wir mal, dass kein Mord oder so passiert ist. Juni. Bereit? Jawohl. Das Büro kennen wir ja auch, der Komet ist da draußen immer noch, die Spinne. Hey. Das sieht vieles noch ein bisschen so aus wie vorher. Trotzdem sind neue Sachen da. Ein Ballon, ein Tisch, ein Ballon, ein Foto, ein leerer Block. Ein leerer Block. Müllbeutel, Spinne. Den Müllbeutel habe ich den nicht vorher schon gesehen? Also, die Spinne ist hier. Was ist denn das? Ein leerer Block. Ach, die Fotos sind hier. Der Müllbeutel ist hier. Gut, und den müssen wir wahrscheinlich mit Kohle anschwärzen, um zu sehen, was weiterhin passiert ist. Gut. Das können wir natürlich erst mit einem Sternchen. Das heißt, erstmal Sterne sammeln. Das heißt, noch zweimal, dreimal spielen so. Das kriegen wir gerade noch hin. Go. Ein Sektkühler. Japanisches Tor. Was? Ach, hier. Eine Skulptur. Ein Hut, ein Schirm. Ein Hut, ein Stock. Ein Regenschirm. Gut, hier ist der Hut. Ach, die Spinne wieder. Wo ist denn der Sektkühler? Das hier. Geht noch nicht. Ach, der Schirm geht noch ein bisschen spärlich voran hier. Wenn es weitergeht, brauche ich wirklich noch dreimal. Oh leck. Oder viermal. Bis ich dann einen Stern habe. Ja, weiter geht's. So, der Hut. Der Schirm, die Fotos, eine Maus, der Sektkühler und der Ballon. So, das sind doch mal Punkte hier, ne? Besser hätte ich es gerade fast nicht machen können. Kennt ihr das auch, wenn ihr ein Spiel ziemlich oft spielt, dass ihr dann oft Nacht davon träumt? Das ist ein Hut, ein Foto, ein Ballon, die Violine, eine Spinne und... Oh, das ist die Blume, das hängt bestimmt an der Wand oder auch nicht. Ach nee, das liegt hier. Nein, ernsthaft, dann träumt man auf Nacht, vor allem dann von der Musik. Also es geht direkt dann ins Ohr. Und jetzt haben wir ja den Stern. Und los, untersuchen wir den Block. Oh, das war schon. Sehr gut. Das ist unser neuer Tatort. Die leerstehende Fabrik. Oh, da waren wir ja schon. Oh, da ist eine Falltür. Krass. Mit dem Geheimcode. Oh nein, ich musste den Code knacken. Das heißt, ich brauche erstmal wieder einen Stern. Ach komm. Okay. Da muss ich jetzt wohl noch ein bisschen spielen. So, wir können jetzt mal diese Falltür untersuchen. Beziehungsweise öffnen müssen wir sie hier. Sieht eher aus wie eine Waage, die man selbst einstellen kann, dass man wiegt. Hier haben wir eine 7... Nein, oder das hier? Nein, das hier. Gut. 7x. 0y. Ähm... 6z. Das ist der Code für den Eintritt. Sie ist entriegelt. Und wir haben... Ja, wir haben den einen neuen Ort gefunden. Das Geheimlabor. Und ja, hoffentlich war Rachel nicht alleine, als sie danach gesucht hat. Wir sollten da mal einfach vorbeischauen und den ganzen Raum angucken. Wir haben übrigens gerade einen Kombo-Rausch. Das Wort erinnert mich immer an Akustikrausch von... Ähm... Ja, Musikholt. Okay, wir haben hier... Oh, bling, bling, bling. Aber ich weiß noch gar nicht, wo die Dinger sind. Das bringt mir jetzt gar nichts. Kalpell, ein Pinsel, ein Schuhabzug. Oh, das geht doch schneller. Oh, gut. Den müssen wir analysieren. Ja, ein Teil mal heute. Ein kaputtes Schädel. Oh, auch ein Indiz. Und jetzt eine Geldbörse und ein Skillet. Das wird ja hoffentlich... Ach, das liegt da hinten. Oh, 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 das wird wohl... Oh je. Eine Leiche sein. Die da hinten ziemlich aufgelöst ist. Aber das muss ja dann fast in Säule oder irgendwas sein, was die Haut weg ist, aber die Knochen nicht. Na, müssen wir jetzt mal nachgucken. Ja. Weiter geht's. Ein paar Sternchen habe ich ja gesammelt, damit wir... Hier mal, ja, oh leck, dieses Skelett hat keinen Kopf. Es ist Säule. Es ist nur wenig zu erkennen. Oh, leck, hoffentlich ist es nicht Rachel. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das könnte böse enden. Oh nein, ich mag nicht weiterspielen. Ich mag, dass sie Rachel noch weiter liebt. Äh, ja, wir haben den kaputten Schädel. Den muss ich jetzt aber nicht zusammenflicken, oder? Und, ähm... Den Schuhabdruck. So. Ja, und die Leiche kommt derweil zum nächsten. Ja. Start für 18 Stunden. Dann untersuchen wir den Schuhabdruck. Ja. Yay, gute Arbeit. Und das heißt... Büroschuhe trägt der Mörder. Okay. Büroschuhe in einem... ...hohen Viertel, das ist toll. Also in einem Bankenviertel. Ja, auf jeden Fall haben wir den ersten Beweis. Ich muss es wirklich zusammenflicken. Das gibt es ja nicht. Die. So. Oh, jetzt komme ich gar nicht mehr los. Äh, weiter. Äh. Erstmal sei es nach Farbe sortieren, nur da einen Moment. Also ich habe hier schon mal so den Schädel und... Schädel ist... das war jetzt wieder ein logischer Satz. Das obere Teil vom Schädel. Okay, jetzt geht es mal ein bisschen vorwärts. Es müssen irgendwann doch die Augenhüllen oder so kommen. Da kommt noch nichts zusammen. Aha. 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 Ah, ich bekomme die Krise, Mann. So. Achso. Ah. Da habe ich mich jetzt wieder ganz gut angestellt. So, und der Rest muss hier hinten irgendwie dann. Okay, kapiert. Ja, das war eine schreckliche Aufgabe. Wir müssen das analysieren und hoffen natürlich, dass es nicht Rachel ist. Und das dauert die 30... Oh Gott. Minuten, Oleg. Das sind Minuten des Schreckens. Dabei spielen wir nochmal. Tschüüüü! Ach, Satellitenschusserl, eine Unterhose, eine Reagenzglas, äh... Plasma-Bildschirm, Schneckge-Kaktus... Ne toll. So, und da ist unser Bonus jetzt dahin. Also die Reagenzgläser. Ach, die ist auch ganz groß, gell? Wo ist dann die Schnecke? Die ist hier. Der hängt hier oben. Und der Kaktus. Und jetzt heißt es abwarten. Vorerst mal. Vorerst mal.